Ich arbeite seit Februar 2001 bei Steinwill und ich bin durch eine Anzeige von Steinwill dazu gekommen, dass ich mich beworben habe. Ich bin bei Fertigregulieren seit ein paar Jahren. Regulation sorgt dafür, dass man den Finger, mit dem man angeschlagen hat, auch eins zu eins wieder geben kann. Also wenn man dann Furtissimo angeschlagen hat, bekommt man auch Furtissimo rausgehört. Wir regulieren quasi so, dass der Taste sowie Finger Verlängerung ist, dass man so spielen kann, dass was die Finger machen, auch tatsächlich an den Seiten ankommen und zwar eins zu eins. Dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Nachdruck da ist. Und Nachdruck ist, wenn man Tasten langsam runterdrückt, spürt man diese Druckstelle. Bevor sie ganz runterfällt. Und diese Druckstelle ist eine sehr, sehr große Bedeutung für den Klavierspieler, weil das ist Garantie dafür, dass die Tasten Kraft hat. Die Kraft durch diese Übertragung auch stimmt. Das ist alles ein Zusammenspiel sozusagen, zum Beispiel, wenn ich eine Sache geändert habe. Durch diese Änderung ändert sich auch andere Stelle ein wenig. Das heißt, ich muss immer dieses Gesamtbild denken. Was mache ich? Was wird sich denn ergeben? Und dieses Gesamtergebnis zu machen, das ist mein Ding. Das mag ich sehr gern. Man lernt immer wieder weiter dazu. Also man hört nie auf. Und mir gefällt hier zu sein sehr, weil es gibt so viel Hilfsbereitschaft. Meine Kollegen helfen mir immer und alles, wenn ich momentan nicht weiterkomme. Und ich bin froh darüber, dass es so ist. Vielen, vielen Dank an allen Kollegen.